Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, was ist denn 4x6? Anstrengend. Hintereinander. Stefan, ich mein 4x6 Quadratmeter. Ich such grad mit meinem Freund und meinen 6 Katzen eine neue Wohnung. Wenn die Bude so groß ist, kommst du da nur mit dem Schullöffel rein und die Katzen müssen mit dem Schwanz von oben nach unten wedeln. Das ist die Größe vom Wohnzimmer. Ich frag mich, ob das langt, wenn man 6 Katzen artgerecht halten will. Die Katzen ja, aber nicht dein Freund. Einmal die 4 und die Zeitschrift schöner wohnen. Momentchen mal bitte. Stefan, kurz bevor die Putzfrau kommt, vergrößert sich die Wohnung durchs Aufräumen ja gefühlt von 30 Quadratmeter auf 200. König. Ey, also die Durchschnittsgröße einer Wohnung hat in Deutschland 91,9 Quadratmeter. Das sind 2 Quadratmeter mehr als noch vor 10 Jahren. Das ist doch viel zu mini. Anke, bei dir hätte ich gedacht, dass du damit klarkommst. Weil ich so bescheiden bin und mich anpassen kann? Nee, du hast doch auch keine Größe. Mach 45 und 20, sammeln Sie Immo-Scout-Punkte, haben Sie eine House of Card oder sind Sie im Hans-Zimmer-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke, täglich in Guten Morgen Hessen bei HIT Radio FFH.